Bremen 1, die Chronik. 10. April 1818. Heute vor 200 Jahren veröffentlichte der Amerikaner John Cleves Symes seine Theorie der hohlen Erde. Peter Mayer-Hüsing. John Cleves Symes, ehemaliger Käpt'n der US Army aus Ohio, war bislang nicht durch besondere Fantastereien aufgefallen. Umso erstaunlicher deshalb dann sein sogenanntes Zirkular Nummer 1, das er eines Tages an wissenschaftliche Vereinigungen und Berühmtheiten verschickte. An die ganze Welt. Ich erkläre, dass die Erde hohl und innen bewohnbar ist. Sie ist an den Polen offen. Ich verpfände mein Leben zur Unterstützung dieser Wahrheit und bin bereit, die Höhle zu erforschen, wenn mir die Welt bei diesem Unternehmen hilft. Das tat die Welt aber nicht. Aus der Expedition in die Hohlwelt wurde nichts und Symes Sohn Americus kommentierte die öffentlichen Reaktionen säuerlich. Verspottet als Produkt einer verqueren Fantasie oder eines partiellen Wahnsinns. Natürlich waren die noch unerforschten Polregionen oder das Erdinnere damals Gegenstand blühendster Spekulationen. Doch eher bei Literaten als bei Wissenschaftlern. Berühmt bis heute Jules Verne's Reise zum Mittelpunkt der Erde oder Edgar Allan Poe's Bericht des Arthur Gordon Pym. 9. März. Die Dampfwand im Süden hatte sich ungeheuerlich am Horizont aufgerichtet und begonnen, mehr Bestimmtheit der Form anzunehmen. Ich kann sie mit nichts vergleichen als mit einem grenzenlosen Katarakt, der lautlos von einer riesigen und weit entfernten Rampe im Himmel in die See herabrollt. Doch trotz florierender Weltraumfahrt und Polarforschung treibt die Hohlwelt-Fantasie bis heute bizarre Sumpfblüten. Etwa bei Nazi-Esoterikern, die glauben, unter den Polöffnungen verstecke sich so eine Art Viertes Reich und warte auf seine Wiederauferstehung. Und es gab eine Expedition 1943 über Neuschwanland in die innere Hohlwelt, und zwar die Antarktis. Dort leben ja mehrere Zivilisationen, nicht nur eine. Einige Millionen Reichsdeutsche leben dort. Und dann gibt es noch die Spezialisten, die überzeugt sind, nicht tückische Aliens oder hartnäckige Nazis leben im Erdinneren, sondern wir. Sie sagen, dass wir in der Erde leben? Auf der Innenoberfläche einer riesengroßen Hohlkugel. Ach so. In einem Raum, der von der Erdoberfläche umschlossen wird. Und was ist da draußen? Das weiß man nicht. Hohl ist nicht die Erde, womöglich aber die Schädel der Hohlwelt-Protagonisten. Angeregt durch den bis dato unauffälligen Ex-Offizier John Cleve Symes und sein Zirkular Nummer 1, veröffentlicht heute vor 200 Jahren. Bremen 1